Hallo liebe Buddy-Freunde, herzlichen Glückwunsch zum 10. Geburtstag. Ich kann leider nicht dabei sein, erinnere mich aber noch ganz genau, wie wir vor 10 Jahren mit einem kleinen Häufchen von 10 Leuten in einem Düsseldorfer Hotel saßen und Buddy gegründet haben. Wer hätte gedacht, was da jetzt rauskommt? Buddy ist wirklich ein Markenzeichen geworden, in vielen Bundesländern weit bekannt. Und mit Wirksamkeit, das ist ja das Wichtige. In vielen Schulen hat sich die Lernkultur verändert, die Haltung verändert, Kindern wird mir zugetraut. Und ich bin total stolz, damals Buddy mitbegründet zu haben und eine treue Wegbegleiterin zu sein. Und ja, freue mich, eine tolle Geburtstagsfeier euch.